Hallo liebe Bitbull Trader und natürlich ein herzliches Willkommen auch an all diejenigen, die das noch werben möchten. Bitcoin tradet bei 87.400 US-Dollar. Wir sehen im Moment jetzt eine kleinere Konsolidierungsphase, wie du hier ganz gut erkennen kannst, mit dem Potenzial auf ein mögliches M-Pattern. Warum ich dieses M-Pattern jetzt nicht so sehe, werde ich dir auf jeden Fall in Trading View auch nochmal ganz genau erklären. Ich werde dir heute auch zeigen, wo du nochmal neue Positionen aufmachen kannst, denn Bitcoin glaubt es halt wieder bei unseren 90.000 Dollar an und auf 100.000 Dollar ist es nicht mehr allzu weit. Des Weiteren schauen wir uns heute auch noch wichtige Infos an und zwar, wie sieht es denn überhaupt aus mit unserer Liquidität? Also wo wollen Leute denn überhaupt noch einkaufen bzw. verkaufen? Wir werden uns dann natürlich auch noch wichtige Informationen anschauen und zwar zu unserem Jahreszyklus, wieso wir nämlich genau jetzt voll auf Kurs sind. Das schauen wir uns auch gemeinsam an und wir werden uns natürlich angucken, wie sieht es mit meinen Positionen aus, wie sieht es mit den Bitcoin Spot ETFs aus, wie sieht es mit den möglichen Liquidierungen aus und vor allem mit unseren Funding Rates. Denn haltet euch fest, die Funding Rates, sie fallen schon wieder. Richtig gehört, sie steigen nicht an, sondern sie fallen. Was das alles zu bedeuten hat, bekommst du jetzt zusammengefasst in diesem Video und wir schauen natürlich charttechnisch auch drüber, wo du wieder neue Positionen eröffnen kannst, weil dieser Kanal beschäftigt sich mit dem Thema Trading und damit du dein Portfolio nachhaltig aufbauen kannst. In diesem Sinne starten wir direkt rein, let's go! Ja, Leute, wir traden kurz vor 90.000 US-Dollar. Bei einigen Börsen haben wir gestern sogar die 90.000 Dollar schon geknackt und man muss ganz klar sagen, jeder ist hier gerade in Partystimmung. Deshalb erstmal Congratulations und auf jeden Fall Gratulation an all diejenigen, die jetzt hier durchgehalten haben und an Bitcoin auch geglaubt haben, Long-Positionen eröffnet haben, Long-Positionen aufgebaut haben. Ja, jetzt heißt es nämlich Kasse machen. Jetzt heißt es immer, wenn wir wieder weiter nach oben gehen, schön Profite realisieren. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Kurzer Ausblick, wie sieht es im Moment aus für dich natürlich komplette Transparenz hier auf meinem Kanal. Ja, für mich ist es sehr wichtig, dass du das Ganze auch natürlich siehst, was ich mache, was ich trade, wie ich Profite raus realisiere, wie es im Moment aussieht mit meinen Positionen. Also Solana-Position weiterhin im Profit, Bitcoin-Position auch im Profit. Meine andere große Bitcoin-Position habe ich gestern im Livestream gezeigt. Wir werden heute wahrscheinlich auch am Abend wieder einen Livestream machen, deshalb seid da gerne dabei. Auch sehr, sehr stark im Profit, aber immer wieder ist es wichtig, einfach auch Profite zu realisieren. Ja, nur was ihr realisiert, habt ihr auch. All das, was hier jetzt steht, ja, in Unrealized P&L, ja, also unrealisierter Profit, was es schon sagt, ja, ist nicht euer Profit. Wenn jetzt Bitcoin nach unten geht, ist das alles hier wieder weg, okay? Also deshalb bei sowas immer gerne Profite realisieren, wenn ihr denkt, wir sind auf einem guten Preisniveau. Nehmt auf jeden Fall mal ein paar Chips vom Table, das ist ganz wichtig. Dann gehen wir noch rein, Bitcoin-EDFs, ja Leute, was geht da denn wieder ab? Gestriger Tag, 12.11. 817 Millionen Dollar sind wieder reingeflossen in unseren Bitcoin-Spot-EDF. Richtig heftig, also da wird weiterhin gekauft ohne Ende und jetzt möchte ich mit euch noch ein was anschauen, nämlich mal unseren Ethereum-ETF. Den haben wir uns schon lange nicht mehr angeguckt, aber, und jetzt Achtung, schaut mal, was hier die letzten zwei Tage passiert ist. In unseren Ethereum-ETF fließen auf einmal dreistellige Millionenbeträge rein. Zuvor die Wochen, ja, sind wir nicht mal zweistellig gewesen, 7 Millionen, 4 Millionen und wirklich seit so dem 8.11.12. November geht es hier richtig zur Sache. Also auch das Interesse an dem Ethereum-ETF scheint jetzt anzusteigen, liegt halt auch daran, weil Ethereum jetzt auch aus dieser ganz, ganz großen Konsolidierungsphase jetzt auch ausgebrochen ist, ja, muss man auch ganz klar dazu sagen. Dann noch eins vorneweg und Leute, ihr reißt alles ab. Der gestrige Livestream war absolut geisteskrank, wirklich. Danke, danke, danke für euren geilen Support. 25.000 Klicks auf das gestrige Update-Video, 2600 Likes. Auch heute kannst du natürlich gerne wieder dieses Video liken und kommentieren. Ja, tausch dich gerne mit anderen Tradern hier aus in den Kommentaren. Ich antworte auch immer sehr, sehr gerne auf eure Kommentare, lese auch immer gerne alles durch. Deshalb gerne Kommentare reinballern und vor allem Leute, wenn ihr jetzt hier neu auf dem Kanal seid, ihr dürft gerne kostenlos abonnieren. Das ist komplett for free. Somit unterstützt ihr diesen Kanal, dass ich jeden Tag für euch ein Video rausballern kann, Livestreams machen kann und noch vieles, vieles mehr. Also da schon mal vielen lieben Dank und danke für eure Unterstützung, den Algo hier etwas zu pushen. Let's go Bitbullar und herzlich willkommen in der Community. Jetzt gehen wir aber weiter mit dem Video. Let's go. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie sieht es im Moment jetzt aus auf dem heutigen Tag? Und zwar aktualisieren wir mal das Ganze. Ja, jetzt wird es natürlich wieder interessant werden, denn wir müssen uns natürlich jetzt anschauen, wo kommen jetzt hier wichtige Levels rein? Und ihr seht, ja, es scheint, es scheint hier oben richtig hell. Nämlich 90.100 Dollar liegen 602 Millionen Dollar an Liquidierungen, an Short-Liquidierungen. Was heißt das? Das heißt, Bitcoin ist im Moment nichts anderes, als wieder in einer Konsolidierungsphase, um wichtige Indikatoren abzukühlen, um wieder neue Short-Positionen in den Markt reinzuholen, um diese dann hier oben wieder rauszuliquidieren. Also, merkt euch, die 90.100 bis 90.200 Dollar, eigentlich hoch bis 91.000 Dollar, dieser gesamte Block hier, ist das absolute Key-Level. Wenn wir hier unten diesen Support verlieren, das schauen wir uns gleich dann auch nochmal in Tradingview gemeinsam an, sollten wir diesen Support hier unten verlieren, müssen wir damit rechnen, dass wir nochmal einen Drop runtersehen könnten auf knappe 82.000 Dollar, um die Liquidität hier unten zu fischen. Aber auch das ist komplett normal in einem Bullenmarkt. Ja, wir müssen einfach immer gucken, dass wir einen gesunden Ausgleich von Long- und Short-Positionen haben. Und das haben wir zur Zeit auch, denn man sieht das Ganze auch gut an den Funding-Rates. Grün bedeutet alles in Butter, lila und blau bedeutet negative Funding-Rates. Ja, und hier alles, was so gelb und orange sind, sind positive Funding-Rates. Das heißt, ja, sie sind proportional größer, ja, und man muss halt mehr Gebühren zahlen, wenn man zum Beispiel eine Long-Position offen hat. Das hat sich gestern etwas geändert, das heißt, am gestrigen Tag sind wir natürlich angestiegen. Warum? Ja, beziehungsweise die letzten zwei Tage angestiegen. Ein bisschen, warum? Ganz einfach, weil wir halt an einem Tag 10.000 Dollar angestiegen sind. Ja, und den nachfolgenden Tag hätten wir fast wieder ein neues All-Time-High gemacht. Also, das heißt, da sind die Funding-Rates etwas nach oben geklettert. Aber, und jetzt haltet euch fest, der heutige Tag sind die Funding-Rates schon wieder auf normalem Niveau. Hier, alles grün, 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 die ganzen Coins, die ganzen Alt-Coins, alles grün, auch Bitcoin hier. Funding-Rates wieder komplett grün und in einem normalen Bereich. Was bedeutet das? Richtig, die Longs und die Shorts gleichen sich weiterhin aus. Und das haben wir in einer so einen Marktphase bei Bitcoin noch nie gehabt. Ja, dass wir in einem absolut krassen Anstieg sind, in einem sehr starken Bullenmarkt sind und die Funding-Rates aber nicht ansteigen. Was heißt das? Ganz einfach, es gehen genauso viele Leute an den Tops und an den All-Time-Highs wie der Short, ja, und denken immer noch, okay, wir fallen nochmal auf 40.000 Dollar. Jetzt muss ja die Korrektur nochmal runterkommen auf 50.000. Das ist ja keine gesunde Marktstruktur, ja. Und bei sowas müsst ihr immer vorsichtig sein, weil da werdet ihr nämlich ganz schnell rausgerackt. Dann, heute noch wichtige Daten, Mittwoch. Es kommen heute noch wichtige Wirtschaftsdaten raus, 14.30 Uhr, nämlich Verbraucherpreisindexe. 2,4% ist einmal hier die Prognose für den Monat Oktober. Also, sehr, sehr gespannt. Das hat natürlich Auswirkungen auf den traditionellen Markt. Das kann auch dann Auswirkungen auf den Bitcoin haben. Werden wir auf jeden Fall verfolgen. Heute 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Börseneröffnung kommt das Ganze dann nochmal rein. Dann schauen wir uns den Fear & Greed Index an. Fear & Greed Index zeigt uns ja im Moment so die aktuelle Marktstimmung. Und jetzt heißt es absolut vorsichtig sein. Wir sind bei 84 Punkte. Was zählt da alles rein? Da zählt zum Beispiel Volatilität rein, Marktvolumen, Social Media, Dominanz und so weiter, Trends, ja, kommt alles da rein. Und dann gibt es so eine Zahl. Wenn wir hier in diesem stark grünen Bereich sind, heißt es immer wieder Profite realisieren. Ja, es wird zu diesem Rücksetzer kommen. Das ist wie das Amen in der Kirche, ja. Das sei schon mal dazu gesagt. Aber, aber wir wissen halt nicht wann. Der kann jetzt bei 95.000 kommen. Der kann bei 100.000 Dollar kommen. Der kann aber auch erst bei 120.000 Dollar kommen, okay. Also, seid da auf jeden Fall vorbereitet. Aber das schauen wir uns gleich bei TradingFieldern nochmal an. Dann, wichtige Informationen. Und Leute, ich sage euch einfach ja immer die Wahrheit. Und ich habe es auch in der Vergangenheit schon gezeigt. Und ich habe euch immer wieder gesagt, Leute, es ist einfach im Moment so, dass sich Bitcoin weiterhin an die Zyklen hält. Und wie groß waren die Diskussionen, ja, im Sommer, wo dann unser Bitcoin-Spot-EDF kam und gesagt worden ist, Ja, aber wir werden uns ja nicht an den Zyklus halten, weil es sind ja jetzt die Spot-EDFs da und es ist ja eine ganz andere Ausgangssituation und so weiter. Dann zeigt ihr ihnen einfach mal diesen Chart. Hier siehst du einmal den Bitcoin-Preis 2020 bei unseren Wahlen in den USA und einmal den Bitcoin-Preis 2024, den du jetzt gerade im Moment siehst. So, und jetzt schaut ihr einfach mal diesen Zyklus an. Wir sind jetzt hier im Zyklus drittes Quartal bis viertes Quartal, also genau hier in diesem Bereich. Und schaut euch einfach mal an, wie wir vom zweiten bis zum dritten Quartal performt haben. Ja, komplett gleich. Also jetzt nicht natürlich auf den Dollar, aber ihr seht es, ja, wir sind hier komplett gleich rüber marschiert. Dann hier zum dritten Quartal, wo dann auch das Halfing war und wo dann natürlich auch unsere US-Wahlen war. Erst ab dann sind wir kontinuierlich nach oben hin angestiegen und dann ging es noch bis zum Ende des Jahres in einen parabolischen Anstieg nach oben. Und jetzt schaut euch mal an, was Bitcoin jetzt mit diesem Anstieg eingeleitet hat. Richtig, nämlich den parabolischen Anstieg nach oben. Also bis 31.12. kann ich euch sagen, werden wir höchstwahrscheinlich nochmal eine Bewegung zwischen 20 und 30 Prozent sehen. Also meine persönliche Meinung. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wir diese 20 bis 30 Prozent sehen könnten in diesem letzten Jahresabschnitt. Also in diesen letzten, was haben wir jetzt noch, eineinhalb Monaten kann Bitcoin definitiv meiner Meinung nach diese 20 bis 30 Prozent machen. Aber bitte aufpassen, denn auch hier siehst du, gab es immer mal auch hier kleine Rücksetzer und Liquidation Wix. Nämlich einmal hier, auch einmal hier. Hier ging es auch nochmal kurzzeitig runter. Dann hatten wir hier eine größere Konsolidierungsphase. Also das ist völlig normal und im Moment sieht es halt danach aus, als würde Bitcoin genau das tun. Was halt jetzt auch nochmal sehr spannend ist, ist jetzt folgendes. Und zwar, wenn wir uns das jetzt noch angucken, und zwar steigen unsere Suchanfragen weiterhin massiv an. Also das bedeutet, wer googelt denn zum Beispiel Bitcoin, ja? Und was man halt hier immer ganz gut erkennen kann, immer wenn diese hier so krass ansteigen, kommen wieder neue Investoren in den Markt. Weil die sehen, boah krass, Bitcoin steigt an, Bitcoin ist in allen Nachrichten und wir hitten die 100.000 Dollar. Wisst ihr, was los ist? Wenn Bitcoin 100.000 Dollar erreicht, die ganzen Mainstream-Medien, alles ist voll. Die Tagesschau wird da berichten. Die Frankfurter Zeitung wird einen Artikel machen. Die New York Times, alle Newspaper auf der ganzen Welt werden darüber berichten, egal in welchem Land. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann wird es erst richtig interessant. Weil dann kommen die ganzen Leute rein und sagen, boah krass, 100k, schauen wir, wie der performt hat. Der geht safe noch weiter hoch. Und dann kommt nochmal frisches Geld in den Markt. Und darauf musst du halt vorbereitet sein. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir auf jeden Fall mal rüber und schauen uns das Ganze mal an. Wie sieht es nämlich jetzt hier aus bei TradingView? Wir switchen rein in die Chartanalyse. Let's go. Gut, also schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier auf unserem 15-Minuten-Chart. Wie du hier wunderbar erkennen kannst, ist es im Moment so, dass Bitcoin jetzt hier ein mögliches, übelst, krasses Double-Top jetzt hier formt. Ja, und wir werden jetzt hier voll heftig nach unten fallen. Achtung. Ja, das sieht man natürlich auf dem 1-Stunden-Chart ganz gut. Ja, wo man dann sagt, boah, okay, krass, Double-Top und so weiter und so fort. Aber was passiert denn im Moment gerade? Ja, im Moment sehen wir nichts anderes als einen wunderschönen Support, der wieder reinkommt. Genau an unserem Tief. So, und jetzt, Achtung, sollte das sich jetzt hier bestätigen, also auch auf dem 15-Minuten-Chart, gehen wir da wieder rein, sollte das sich jetzt hier bestätigen, ihr seht, wir haben wunderschöne Touchpoints. Einmal hier, einmal Support, nochmal Support, hier in der Nacht nochmal Support. Hier unten wäre der perfekte Einstieg gewesen, ja, durch unseren Indikator, M2-Level hat das wunderschön uns wieder gecallt. Wenn ihr auch diesen Indikator haben möchtet, for free, checkt einfach unten die Videobeschreibung ab, macht euch einen Account bei Trade Mania, kommt auf den Discord-Server und da findet ihr dann den Indikator, wie ihr den dann hinzufügen könnt. Also, da wird es auf jeden Fall dann spannend werden, weil ihr braucht diesen Indikator in dieser Marktphase, als auch in dem Bullenmarkt, in dem Wärmenmarkt. Dieser Indikator funktioniert wunderbar. Er zeigt uns perfekte Einstiege immer wieder an, auch bei unseren Point of Controls, wie am gestrigen Tag hier. Und wir sind wieder schön nach oben gebounced, auch am gestrigen Abend, wenn ihr euch daran erinnert, im Livestream hat er uns eigentlich auch hier bekannt gegeben, hey, wir sind hier im Widerstand reingelaufen und wurden dann hier abgelehnt und dann ging es erstmal wieder nach unten. Also, holt euch diesen Indikator, er ist wirklich jetzt in dieser Marktphase absolut ein Game-Changer, komplett for free in der Videobeschreibung. Jetzt ist es so, wir sind hier unten rein, M2-Level und was erwarte ich jetzt? Jetzt, ich gehe jetzt davon aus, wenn jetzt dieses Support-Level hält und nicht bricht, das heißt, wir dürfen nicht unter den 200er EMA fallen, gehe ich stark davon aus, dass wir hier ein Ascending Triangle formen. Das ist ein bullisches Continuation-Pattern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, nach oben hin wieder auszubrechen. Und jetzt, Achtung und haltet euch fest, technisches Preisziel von diesem ganzen Ding, wenn man hier diesen Ausbruch hier einzeichnet, wären ungefähr 95.600 Dollar. Das heißt, das würde uns Richtung 100.000 Dollar katapultieren. Wann erwarte ich diesen Ausbruch? Ich gehe mal davon aus, man sagt immer, dass man so im letzten Drittel den Ausbruch erwarten kann. Und ich gehe Stand jetzt davon aus, dass wir spätestens bis Freitag, also spätestens bis Freitag eine Entscheidung sehen werden, wo bei Bitcoin die Reise hingeht. Persönlich gehe ich weiterhin davon aus, dass wir weiter nach oben ansteigen werden. Es sieht einfach weiterhin bullish aus. Ihr seht es auch hier nochmal ganz gut, wenn wir heute das Daily Open nach oben hin durchbrechen, geht es hier hoch ins M3-Level. Und dann sind wir schon wieder hier oben bei unserem All-Time-High-F, nämlich hier bei knapp 89.940 Dollar. Also das geht ratzfatz. Was man jetzt gut beobachten kann, ist natürlich auf den größeren Zeiteinheiten, dass ich jetzt durch diese Konsolidierung, die wir hier formen. Und schaut mal, selbst auf dem 4-Stunden-Chart sieht das auch jetzt hier so ähnlich aus. Konsolidierung. Letztes Mal, wo wir eine Konsolidierung hatten, war das Ganze hier. Was ist passiert? Bitcoin ist dann noch um knapp 14.000 Dollar angestiegen. Und jetzt kommt hier schon wieder das Nächste. Das heißt, was macht Bitcoin? Er steigt, er konsolidiert. Er steigt, er konsolidiert. Er steigt, er konsolidiert. Ja, also er geht hier wirklich wunderschön wie eine Treppe wunderschön nach oben durch. Und auch hier sieht man einfach jetzt hier wieder diese Konsolidierungsphase. Und was man halt jetzt auch gut beobachten kann, ist durch diese Konsolidierungsphase, ja, kühlen sich die Indikatoren ab. Das heißt, der MACD ist jetzt ins Negative gezwitscht. Heißt jetzt nicht, dass wir ultra krass nach unten gehen, sondern auch in einer Seitwärtsphase kann unser MACD ins Negative switchen. Und unser RSI auf dem 4-Stunden-Chart wird sich dementsprechend auch wieder abkühlen. Das heißt, wenn wir jetzt ein, zwei Tage hier oben drin bleiben, ja, bei unserem All-Time-High-Äffchen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir hier den RSI abbauen, auf 50 Punkte runtergehen, vielleicht sogar nochmal ein bisschen tiefer runtergehen und dann die ganzen Indikatoren wieder abgekühlt sind, um den nächsten Run-Up nach oben hin mitzumachen. Und das sind einfach, Stand jetzt, 95.000 bis 100.000 US-Dollar. Dann schauen wir uns hier nochmal was an, und zwar habe ich mal ein Fibonacci-Tracement-Level angelegt. Ihr seht jetzt hier einmal unser altes All-Time-High bis runter zu dieser Korrekturphase, was man halt jetzt gut erkennen kann. Wir sind jetzt auch hier bei unserem 1,6, 1,8 der Fibonacci und unserem 1,5er. Das 1,5er gibt Support, das 1,6er gibt Widerstand. Heißt, wir spielen im Moment eine Range zwischen 2.700 Dollar. Okay, da bewegen wir uns im Moment gerade drin. Und auch da, wenn wir hier nachhaltig auf dem Tagesschart hier drüber kommen, also über 90.000 Dollar und darüber eine Kerze schließen, ist auch hier mit unserem Fibonacci-Level das nächste Fibonacci-Level, das 2.0er und somit 98.284 US-Dollar. Auch wenn wir uns hier das Ganze mal anschauen, möchte ich euch mit euch hier auch nochmal durchgehen. Und zwar, Bitcoin ist auf dem perfekten Weg, hier oben reinzulaufen auf unsere logarithmische Kurve. Ja, hier sieht ihr es nämlich auch nochmal ganz gut, das wären ungefähr 96.600 Dollar. Ja, das heißt, wir hätten nur noch in Anführungszeichen 10.000 Dollar. Das ist eine Bewegung, die Bitcoin an einem Tag gemacht hat, nämlich, wann war das? Vorgestern. An einem Tag. So. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, wir sind weiterhin bullisch unterwegs. Es gibt keinen Grund, irgendwelche Short-Positionen aufzumachen oder jetzt hier irgendwie reinzuschorten. Was sehr spannend ist, ist, was ist immer bei unseren US-Wahlen passiert und jetzt haue ich euch die Daten und Fakten um die Ohren und es ist einfach die Wahrheit, denn es ist einfach auch dort passiert. Wenn wir die US-Wahlen gesehen haben, letztes Mal 2016, 2020, jetzt 2024. Immer, wenn die US-Wahlen waren, hat Bitcoin dieses Preisniveau nie wieder gesehen. Nie wieder. Wir sind nicht mal mehr angelaufen und haben es re-getestet oder sonstiges, sondern Bitcoin ist nie wieder auf dieses Preisniveau zurückgekehrt. Das war einmal 2016 der Fall. Das war auch hier unser Anstieg und unser Start für den parabolischen Anstieg bis zu unserem Bullenmarkt-Top. Das ganze Ding hat nach den US-Wahlen so ungefähr 400 Tage gedauert. So. Nächste US-Wahlen. Schauen wir uns an. 2020 im November. Was ist passiert? Auch hier hat Bitcoin diesen Preis nie wieder gesehen. Selbst die Bärenmarkt-Korrektur ging nicht bis hier unten rein. Okay. So. Also auch da haben wir dieses Preisniveau nie wieder gesehen. Wie lange ist dann unser Bullenmarkt gestartet? Nach unseren US-Wahlen bis unser Bullenmarkt-Top? 371 Tage. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Jetzt haben wir hier auch wieder unser Bullenmarkt-Start gesehen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir wieder 370 bis sagen wir mal 400 Tage Bullenmarkt jetzt hier wieder sehen. Dann haben wir jetzt. Ja, okay. Gehen wir das einfach aus. Ungefähr jetzt 300 Tage. Ja. Dann müssten wir bis September 2025 unser Bullenmarkt-Top gesehen haben. Aber da ist halt jetzt hier noch verdammt viel Luft. Egal in welche Richtung. Okay. Also beachtet bitte das. Das bedeutet, die US-Wahlen waren immer der Initiator dafür, dass wir einen parabolischen Anstieg gesehen haben, der ungefähr knappe, ja so ein Dreivierteljahr bis Jahr einfach gedauert hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr konntet heute gut was mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ja, ich musste euch das heute einfach mal ein bisschen erzählen, denn ich habe es die ganze Zeit euch immer wieder schon gesagt. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Wir sind in einem Bullenmarkt. Shortet nicht rein. Die Zyklen verhalten sich genau gleich. Auch die US-Wahlzyklen verhalten sich komplett gleich. Die Halving-Zyklen verhalten sich komplett gleich. Ja, also Bitcoin macht genau das, was er in der Vergangenheit auch gemacht hat, obwohl wir einen Bitcoin-Spot-IDF haben. In diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, einen schönen Mittwoch. Euer Basti. Ciao, ciao.